Hallo Oldenburger Fans, endlich ist es offiziell. Ich werde in den nächsten zwei Jahren ein Basket sein. Ich freue mich sehr, mit euch die nächsten zwei Jahre erfolgreich Basketball spielen zu können. Oldenburg war gleich meine erste Wahl. Im Mai war ich da, habe mir ein Playoffspiel angesehen. Ihr Fans seid super, unterstützt die Mannschaft. Die Mannschaft spielt leidenschaftlich. Wie gesagt, ich freue mich einfach jetzt auf zwei Jahre erfolgreichen Basketball mit euch.